Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ukraine, Journalist zur Armee eingezogen, nach kritischer Recherche. Journalismus im Fadenkreuz, kritische Untersuchungen erzwingen Militärdienst in der Ukraine? In was als eine beunruhigende Entwicklung für Pressefreiheit und freie Berichterstattung betrachtet werden kann, scheint es in der Ukraine eine sorgenvolle Tendenz zu geben. Journalisten, die kritische und untersuchende Berichte über die Armee und politische Angelegenheiten führen, könnten zu verpflichtendem Militärdienst gezwungen werden. Diese Tendenz wurde nach Berichten verschiedener Medien aus der Ukraine offensichtlich, einschließlich der angesehenen Zeitschrift unabhängiger Berichterstatter und der prominenten News-Website »Integrierte Wahrheit«. Beide Quellen zeigten Fälle auf, in denen Journalisten wegen ihrer kritischen Arbeit zur Armee eingezogen wurden. Nach dem ukrainischen Gesetz sind alle Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren, die für den Wehrdienst geeignet sind, zur Einziehung verpflichtet. Es gibt jedoch Berufsgruppen, die nach dem Gesetz von dieser Forderung freigestellt sind. Dazu gehören auch Journalisten. Aber in den letzten Monaten hat die Einberufung von Journalisten nach kritischer Berichterstattung über die Armee oder die politische Führung zugenommen. Viele betroffene Journalisten und ihre Anwälte behaupten, dass diese Einberufungen strategisch sind und als Mittel zur Einschüchterung und Kontrolle der Medien verwendet werden. Einige der betroffenen Journalisten haben sogar behauptet, dass sie direkt nach der Veröffentlichung kritischer Artikel zur Armee eingezogen wurden. Obwohl hochrangige Beamte und die Regierung diese Behauptungen bestreiten und darauf bestehen, dass die Einberufung von Journalisten einfach das Ergebnis der allgemeinen Mobilisierungsmaßnahmen des Landes ist, gibt es wachsende Bedenken unter internationalen Medienwächtern und Menschenrechtsorganisationen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSCE, und Reporter ohne Grenzen OGI haben beide ihre Sorgen zum Ausdruck gebracht und um Untersuchungen dieser Berichte ersucht. Sie behaupten, dass ein solcher Trend die Pressefreiheit in der Ukraine ernsthaft gefährden könnte. Bisher zeichnet sich keine Lösung für dieses beunruhigende Szenario ab. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieses Problem weiterentwickeln wird und ob internationale Aufmerksamkeit dazu beitragen kann, die Pressefreiheit in der Ukraine zu schützen. Quellen Unabhängiger Berichterstatter Ukrainischer Printmedia Integrierte Wahrheit Ukrainischer Online-Nachrichtendienst Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZ Reporter ohne Grenzen Donnerstag, 18. April 24 Anita Farke Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.